Hallo, ich bin der Robin und ich mache witzige Videos auf YouTube, in denen ich Leuten auf den Sack gehe. Das ist gut. Sagst du uns mal, wenn du das auf YouTube stellst? Das ging noch. Na ihr Swiffer, was cruncht? Das ist Jugendsprache. Ach so. Na du alte Wuchtbrumme? So jung bin ich auch nicht mehr. Ehrenmann! Rose, Bierkrug, Bierkrug. Was geht bei dir? Es juckt. Ich brauche eine Popodusche. Ich wollte schon immer mal bei Quad Quest mitmachen. Dafür bin ich leider viel zu unlustig. Schade. Du bist hier. Rein optisch, relativ Mainstream. Danke. Auf jeden Fall haben wir dann so gesetzt. Ich höre. Ich höre nur — ... Es erhöht nun eine Bratwurst. Ich habe gerade Jungs gesagt, da ist auch eine Frau dabei. Hallo? Ich finde Frauenrechte schwierig. Kokain ist ein Grundrecht. Junge. Das ist viel Sonne. Hallo. Bist juckt. Was? Wir brauchen noch eine Popodusche. Klappt. Alles, was da drüben gibt. Vier Stück. Ich habe gerade durch heute. Gut. Ich würde das gerne mal ablecken. Was haben wir für ein Problem? Aaaaaaah. Na moine Swiffer, was cruncht. Das ist Jugendsprache. Na moin du alte Wuche Brumme. Ehrenmann. Ha, ha, ha. Rose. Bier Crew. Bier Crew. Du bist sauer mutig. Wieso? Ich würde das jetzt lieber nicht machen. Aaaaaah. 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 Wir sind eingecremt. Vorbilder. Ach, ihr seid einfach schöne Menschen. Aaaaaah. Entschuldigung. Der Staat ist eine Maschine in den Händen der herrschenden Klasse zur Unterdrückung des Widerstandes des Klassengegners. Des Klassengegners. Aber in dieser Hinsicht unterscheidet sich ja eigentlich die Diktatur des Proletariats im Grunde genommen durch nichts von der Diktatur jeder anderen Klasse, oder? Denn die Diktatur oder der Staat des Proletariats ist auch nur eine Maschine zur Niederhaltung der Bourgeoisie, oder? Man versteht das falsch. Keine Ahnung. Wir wollten ja nur wissen, wie die Menschen daraus ein Guter kommen. Aaaaaah. Jetzt kenn ich auch das Gesicht zur Stimme. Ja. Kokain ist ein Grundrecht. Echt? Der Staat ist eine Waffe in den Händen der herrschenden Klasse zur Erdrückung des Widerstandes. Du bist hübsch. Dankeschön. Aber rein optisch relativ Mainstream. Kann auch sein. Kann auch sein. Aber man kann nicht immer als Natur sein. Gegnerische Klasse. In dieser Hinsicht unterscheidet sich. Aber, aber, aber. Frauen sind halt wie Pizza. Und starke, schminkte Frauen sind wie kalte Pizza. Immer noch gut. Danke. Ja, bitte. Alter. Hast du gerade gesagt, meine Mutter hat ordentlich Holz vor der Hütte? Nee, das hatten wir schon. Ach nee, das hatten wir schon. Was? Wir kennen dich schon. Wisst euch, Alter. Ey, wann denn? Wann denn? Dadurch Geburtstag, dein... Ach du Scheiße, das machst du. Alles Gute nachträglich. Ist schon ein paar Wochen her schon wieder. Ich gehe. Tschau. Ist eine Unterdrückung der Bourgeoisie. Können wir zahlen.